NANI? NANI? You are the last of your kind. Drop this shit. Was ist da los, meine Lieben? Hier ist der Schmocki. Und heute gibt's nicht nur Dojo und ein Video, sondern auch eine Überraschung. Vor langer Zeit lebte ein Prinz und eine Hexe auf einem Land. Der Prinz konnte nicht nur Vereinbarungen nicht einhalten mit seinem Volk, sondern war auch sehr einsam. Hey, du. Hey. Willst du vielleicht meine Prinzessin werden? Nein. Der Prinz kochte vor Wut und ließ einen Hass an seinen Freunden aus. NANI? Hey, 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 what's going on? It's mine, Daddy, and Noah keeps taking away from me. Noah, give it back. No. Noah, give it back. No! I said give it back now. Noah! Larry, what the hell? Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry. Oh, are you all right? Larry! 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 What's going on here? Oh, sir, I'm arresting... Oh! 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 Doch aus großer Wut folgen große Taten. Jo, meine Freunde, und nun sind wir einfach mal auf Dojo und ich kündige ihn nicht einfach nur an, sondern er ist offen. Ihr könnt jederzeit hier joinen und versteht bitte, dass es momentan noch ein paar Crashes und Lags gibt, aber das wird sich in den nächsten Tagen beheben. Eure Ranks, ihr wisst, die Supporter Ranks und die Ranks, die ihr damals auf den alten Versionen gekauft habt, kriegt ihr natürlich zurück. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein wenig Spaß, alle Kritik, Wünsche, Hoffnungen, könnt ihr alles in die Kommentare schreiben. Wisst ihr, ich lese jeden einzelnen Kommentar und ja, bitte seid nicht traurig, wenn irgendwas fehlt. Ich will den Server genauso haben wie früher und ich will alles wieder zurück haben. Wie ihr wisst, wurde alles neu gecodet und es dauert halt ein bisschen, bis alles wieder ist, wie es war und vielleicht sogar besser irgendwann. So, und die Überraschung ist, dass in den nächsten Wochen etwas passieren wird, worüber sich viele von euch wahrscheinlich sehr freuen werden. Mehr möchte ich nicht sagen. Viele Videos sind auch auf dem Weg, habe ich gehört, denn ich studiere jetzt Schnitt und ich hoffe, dass sich meine Skills in den nächsten Monaten noch verbessern werden und ich euch noch bessere Videos liefern kann als zuvor. Also, falls ihr euch darüber freut, falls ihr euch freut, dass Dojo auf ist und falls euch auf die Überraschung in den nächsten paar Wochen freut, lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Ja, danke, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns auf Dojo. Sowas würde ich aber auch nur für dich machen, für keinen anderen Menschen auf dieser Welt würde ich mich so lächerlich darstellen.